Ich liebe dich, weil du die unendliche Güte bist. Arme Seelen, wir wählen, erster Tag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Weltes. Amen. Gib mir, O Gott, deine Gnade. Gnade nur wenig zu den armen Seelen und Fegefeuer, erster Tag. Der Grund, warum so viele Seelen im Fegefeuer leiden, sind die Sünden, die sie in diesem Leben begangen haben. Das ist die Ursache ihrer Qualen. O Jesus, mein Herr und Heiland, auch ich habe schon mehrmals die Hölle verdient. Welche Qual wäre für mich, der Gedanke, ewig verloren zu sein? O mein Gott, habe Geduld mit mir. Ich liebe dich, weil du die unendliche Güte bist. Ich bereue aus ganzem Herzen, dich beleidigt zu haben und ich verspreche dir, mich zu bessern. Gib mir, O Gott, deine Gnade. Erbarme dich, meiner, und erbarme dich auch der armen Seelen im Fegefeuer. O Maria, Mutter der Gottes, Mittlerin aller Gnaden, Mutter des ewigen Heiles, komm den armen Seelen mit deiner mächtigen Fürsprache zu Hilfe. Durch deine mächtige Fürbitte möge sie Christus, dein vielgeliebter Sohn, unser Herr und Gott, teilnehmen lassen an seiner Herrlichkeit und Seligkeit. Amen. Forder uns, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen treuer. Erbarme dich, lindere ihre Pein. O Jesus, lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Gelobt sei Jesus Christus.